Dieses zu veräußernde sanierte 4-Zimmer-Reihen-Mitte-Haus steht in Berlin-Mariendorf. Das 2-Etagen-Haus wurde 2015 saniert. Das Objekt verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstützfläche von ca. 260 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 103 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 320.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.